Worum geht es? Eine Waffe von unvorstellbarer Wirkung. Sagen Sie mir einfach, was passiert ist. Der Prototyp ist gestohlen worden. Wenn wir die Sache nicht in den Griff kriegen, wird eine große Firma ruiniert sein. Und auch wir können dabei das letzte Hemd verlieren. Doch er ist den Tätern schon auf den Fersen. Ich glaube, dass ich auf eine ziemlich wichtige Spur gestoßen bin. Bud Spencer ist Jack Clemente. Strahlen des Todes. Auf das Vierte. Untertitelung des ZDF, 2020